In diesem Video geht es um das Thema, welche Immobilienstrategien gibt es denn? Also welche sind so die wichtigsten paar Strategien und wie heißen die? Also meine Einstellung zum Immobiliengeschäft, wie soll man da einsteigen, ist natürlich die langfristig mit einer Buy-and-Hold-Immobile. Das solltest du mittlerweile wissen, wenn du meine Videos ab und zu mal geschaut hast. Also einfach eine Wohnung kaufen, langfristig halten, vermieten und einen Zinsenfestschreiber da reinmachen. Dann hast du hohe Sicherheiten, weil es kann nicht so viel passieren, wenn du eine gute Immobilie dir reinnimmst ins Portfolio. Du hast den kompletten Ablauf mal durchgegangen, du hast eine Immobilie gefunden, du hast eine Immobilie bewertet für dich selber, ob sie gut war oder nicht. Du hast eine Immobilie vermietet, du hast sie gekauft und du bewirtschaftest sie. Da hast du mal den ganzen Prozess der Wertschöpfungskette durchgemacht, kannst danach entscheiden, wenn es irgendwie nichts für dich war, dass du es lässt. Und eine Immobilie, eine Wohnung, das ist in der Regel auch keine Last. Klar, Mietnomade haben jetzt viele Angst davor, wenn ich da eine Mietnomade drin habe, habe ich keine Mieten mehr. Aber den Mieter hast du ja immerhin noch du selber ausgesucht, wenn die Wohnung leer war. Somit kannst du dir ja sicher sein, dass du da jemand Gutes reinnimmst, dass sowas nicht passiert. Meine Empfehlung für Beginner, Buy and Hold. Dann gibt es noch die Strategie Fix and Flip oder manche machen auch nur Flip, das heißt so viel wie Ankauf, Sanierung, Verkauf. Also man sucht Wohnungen, die sanierungsbedürftig sind, kauft sich die ein ins Portfolio, renoviert die, setzt die in einen richtig geilen Zustand und verkauft sie dann direkt weiter an entweder Kapitalanleger oder Eigennutzer. Kapitalanleger haben den Vorteil, dass sie nicht so krass auf welche Fliesenfarbe habe ich hier und so schauen. Eigennutzer schauen da drauf. Aber auf der anderen Seite haben Eigennutzer wieder den Vorteil, dass sie Emotionen mit reinbringen und auch bereit sind, wenn es ihnen richtig gut gefällt, einen höheren Kaufpreis zu bezahlen. Somit muss man da abwägen, wie man vorgeht. Grundsätzlich ist Fix and Flip nichts für Anfänger, würde ich sagen, weil es auch steuerliche Konsequenzen haben kann. Weil wenn du mehr als drei Immobilien privat handelst innerhalb der ersten fünf Jahre, dann hast du einen gewerblichen Immobilienhandel am Hals. Also das sollte man mit einer GmbH machen. Natürlich kann man so einen Flip auch einmal vielleicht privat machen. Also man kauft eine Immobile an, wohnt selber drin und verkauft die ein Jahr später weiter und hat dann den Vorteil, dass man steuerfrei das Ganze verkaufen kann. Also man muss halt von Januar 1.1. bis 31.12. eines x-beliebigen Jahres drin wohnen. Also wenn du jetzt heute eine Immobilie kaufst, dann musst du das nächste Jahr komplett drin wohnen. Also Wohnsitz muss da angemeldet sein und die darf auch nie vermietet gewesen sein. Ich bin kein Steuerberater, deswegen lass dir das nochmal von deinem Steuerberater erklären und bestätigen das Ganze, bevor du da irgendwas machst und dich auf die Informationen verlässt. Das ist mir wichtig. Und was gibt es noch für Strategien? Gewerbevermietung kann man machen. Also einfach eine Firma, ein Büro vermieten zum Beispiel. Also gewerbliche Vermietung, das ist eine Umsatzsteuer meistens noch, wo man abführen muss. Da kann man noch Geld mit verdienen. Und dann gibt es die Möglichkeit Airbnb zu machen, was aber wiederum auch eine gewerbliche Tätigkeit sein kann. Da muss man aufpassen, wenn man ganz viele Immobilien im Privatbestand hat und dann anfängt noch Airbnb zu machen privat, dass da das Finanzamt ja nicht irgendwie gewerbliche Immobilientätigkeiten vorwirft. Muss man schauen, wie man das dann macht. Empfehle ich auf jeden Fall mit einem Steuerberater im Immobilienrecht sich zusammenzusetzen, dass man das irgendwie abgrenzt und sich sicher sein kann, dass man da nicht in einen gewerblichen Immobilienhandel reinkommt. Also wahrscheinlich, aus meiner Sicht würde ich es nur mit einer GmbH machen, so was, dass du quasi Airbnb-Vermietung in der GmbH machst, dass du mit der GmbH eine Wohnung kaufst und die dann mit Airbnb vermietest und dann einfach komplett gewerblich bist mit der Firma, weil die GmbH an sich grenzt das ab als juristische Person von dir selbst und es ist so ein Mandel, wo das drin ist, das Ganze dann. Du kannst trotzdem noch Privatimmobilien haben, darüber hinaus. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mobilierte Wohnungen zu vermieten. Da kannst du die Mietpreisbremse umgehen und ein bisschen mehr verlangen als die ortsübliche Vergleichsmiete. Und du hast natürlich auch häufigere Mieterwechsel. Das sind aber auch meistens Leute, die sind halt kurzfristig zum Arbeiten da. Wenn die Wirtschaft kriselt, sind es auch die ersten Wohnungen, die leer sind. Da kannst du dich drauf verlassen. So, das waren jetzt die grundlegenden Strategien. Meine Empfehlung kennst du, wenn du einsteigen willst ins Immobiliengeschäft. Als Investor empfehle ich auf jeden Fall eine Buy-and-Hold-Immobilie mit einer extrem langen Zinsbindung, 10, 15 Jahre. Und in einem guten Haus, dass man da sich nichts Riskantes reinholt. Und dann hat man den Prozess durchlaufen und kann für sich selber abwägen und einschätzen, ob Immobilien das Richtige für einen sind oder nicht. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und mach's gut. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.